Ja, natürlich. Also Bio-Rindfleisch gibt es bei uns sehr oft. Ich könnte jetzt ja weiß Gott, wie lange rennen wahrscheinlich, aber eins von der Klassiker ist natürlich die Rindsrolade, gefüllt mit, also gewürzt nur ganz wenig, weil das Rindfleisch braucht man eigentlich nur ein Pfeffer, da braucht man nicht viel sonst dazu. Und füllen du es ab und so mit ganz feinem Speck oder Schinken, ein bisschen Zwiebel, eine Gurkala, Senf drauf streichen, dann wird das eingerollt und das ist natürlich ein Gammelschmaß. Dazu eine Serviettenknell oder eine Spätzle oder was immer das Herz begehrt. Das ist einmal, was wir sehr gerne essen und ganz gut, was natürlich dazugehört, das ist bei uns so alle zwei, drei Wochen einmal, ist ein richtig gutes kochtes Rindfleisch. Das sind einmal meine Tipps.